Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start und heute will ich euch das Projekt YouTube Newcomer Friends näher vorstellen Es geht darum, es hat angefangen, weil ich mache YouTube schon seit 2 Jahren und ja, ich hätte gerne Freunde, die die gleichen Interessen teilen wie YouTube eben Ich habe zwar gute Freunde, aber eben nicht in diesem Bereich Und da habe ich mir dann gedacht, das geht wahrscheinlich vielen kleineren aus Und darum habe ich eben YouTube Newcomer Friends, das ist eine Seite, ein Forum quasi Es gibt auch einen Discord-Server bald Da wird es darum gehen, dass man wirklich kleinere Kanäle unter 1000 Abonnenten verbindet quasi Miteinander schreibt, neue Freunde kennenlernen zum Beispiel, die könnten immer auf ein Bier oder so gehen Oder sonst was Und jo Es geht natürlich auch darum, Projektpartner Das ist auch ein großes Thema für YT Newcomer Friends Ist, dass ihr wirklich Projektpartner findet in eurer Größe Weil einer mit, sagen wir mal, 80-100 Abonnenten Der wird einer, der wird kein Video medieren werden mit 100.000 oder 1000 Abonnenten Ja, vielleicht keine Ahnung Aber auf jeden Fall größere YouTuber werden mit uns kleinen YouTubern nicht wirklich helfen Darum habe ich diese Community gegründet, das ist ein Community Projekt Es gibt zum Beispiel einen eigenen Blog Jeder kann seinen Blog haben, den die anderen lesen können auf der Seite Jeder kann von mir seine eigene Galerie haben Es ist noch in der Beta-Phase, es steckt in den Kinderschuhen Und ich suche auch übrigens noch Moderatoren Und wenn sich die wirklich gut anstehen, dann vielleicht sogar Co-Administratoren Und es geht wirklich darum, dass man die deutschsprachigen YouTuber Österreich, Deutschland, von mir aus Schweizer als Deutsch sprechen Zusammenführt Und dass die wirklich, wir können mal auch mehr, das muss nicht sein Ja, dir gefällt mir, den schreibe ich jetzt an Man kann ja auch kleine Gruppen-Aktivitäten machen Ich weiß, jetzt mit Corona ist das ein bisschen schwierig Aber ich glaube, dass man, wenn die Impfung da ist Ich lass mich zum Beispiel impfen oder mit Masken Kann man sich schon mal auf ein Bier zusammensetzen Vielleicht ein Lagerfeuer machen Vielleicht sogar da gleich ein Video machen, einen Vlog Einfach zusammenkommen Einfach zusammenkommen, Leute Das ist mein liebstes Community-Projekt Ich schwörs euch Leute, wenn das was wird Dann gibt's viele neue Freunde Auf jeden Fall, jo, ich hoffe ihr seid interessiert Meldet euch einfach bei mir Da ist die E-Mail-Adresse von mir Da ist Insta Facebook Von mir ist Snapchat hier Und, jo Wär echt geil, wenn sie mitmachen und dieses Projekt unterstützt Und, jo Auf ein gutes Zusammenkommen, liebe Leute Ich glaub das war's für mich Fürs Erste, wenn ihr noch Fragen zum Projekt habt Wie schon gesagt, schreibt es mir einfach privat Oder als Kommentar zu dem Video Jo Und ich würde mich natürlich auch über ein Abo und Like freuen Aber bleibt euch überlassen Und, ja Schreibt es mir einfach, wenn ihr Interesse an dem Projekt habt Es würde mich sehr freuen, wenn ihr da mitmacht Und es ist auch ein Vorteil für euch dann, wenn mehrere Leute dabei sind Da können die Newcomer quasi den größeren YouTubern zeigen Dass es auch unter den Kleinen eine Community gibt Und dass wir genauso groß werden können gemeinsam Okay, das war's liebe Leute Ich bin raus Ich wünsche euch noch ein wunderschönes Wochenende Haut rein, liebe Freunde Peace out